WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh Gott! Leckomio Ich lebe noch Oh Gott Das hab ich kaum gesehen Alles andere hätte mich jetzt auch tatsächlich sehr überrascht Von hinten? Das ist ein feigesau Sieht generell nicht grad gut für uns aus Sieht grad generell nicht gut für uns aus Sieht grad generell nicht gut für uns aus So Naaach Ich war nicht nah genug für die Mine Ne irgendwie 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 ist das hier Oh Leckomio Wie denn? Das gibt's doch gar nicht Aber gut Ich mein wenn man sich seine Seine Ausrüstung anguckt Dann wundert mich eigentlich gar nichts Oh Dammit Wenigstens einen jetzt noch erledigt Aber Leckomio Oh 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 So rein von den Leveln her Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen Ob es wirklich ausgeglichen ist Was Aber gut Ein Versuch Das gibt's doch gar nicht Leck mich am Bein Also ohne Witz Ich war so weit weg Und ich war auf der Flucht Weil ich mich jetzt wirklich nicht auf ein Duell einlassen wollte Und er hat mich trotzdem erwischt Das ist so krass So jetzt verstecke ich mich da mal ein bisschen Was fast nicht funktioniert hätte Weil da noch jemand auf die Ah leckomio Weil da noch jemand auf die glorreiche Idee mit dem Tinferno gekommen ist Ah ja Ich bin einfach zu schnell tot Das ist immer wieder Immer wieder schrecklich Wie schnell ich hier von den Gegnern erledigt werde Und wie langsam das bei mir immer dauert Also entweder treffe ich mich ordentlich Oder ich habe insgesamt Keine gute Verteidigung Ist beides nicht grad ideal Überrasch Die sind echt stark vor allem. Die erledigen mich einfach viel zu schnell und haben schon wieder sehr viel von der Map zurückerobert, was ich nicht gut finde. Oh Gott! Hinter mir! Hinter mir! Mine! Schnapp! Ah! Dammit! Er wird immerhin noch mal ein bisschen Tinte getintet. Aber ansonsten, es läuft nicht. Es läuft gerade nicht. Ich möchte so nicht enden! Also, den Part beenden vor allem. Was? 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 Was war das denn? Bin ich da rechts durch die Gitter durch? Das geht? Scheiß! Ey, ein Scheiß! Ich war, ich war voll im Vormarsch! Fuck! Fuck! Ah! Das... Alter! Ohne Witz! Das war, das war echt fies! Ich war so richtig gerade im Vormarsch! Das hätte... Oh! Dammit! Guckt er jetzt an Stufe 28 und einfach nur schlecht, der Jonas. Null Punkte... Also nicht null Punkte unbedingt, aber... ...weit weniger Punkte als ich. Und ich hab nicht viel. Von daher... Naja... Wir warten einfach mal kurz, in der Hoffnung, dass wir ein neues Team erwischen. So, wutern wir immer noch. Prinzipiell ist es jetzt allerdings auch egal, weil es ist sowieso wieder Wuff vs. Wuff. Quasi wie... Äh... Wvw. Wie? Wie, wie, wie? Wie, warum, weshalb? So, mal gucken. Wir sind auf jeden Fall... ...noch mal zart Türkis. So, geht mir aus den Füßen. So, geht mir aus den Füßen. Das gegnerische Team ist auf jeden Fall nicht ganz so schnell gewesen wie wir. Das ist schon mal ein Vorteil. Oh! Und da war eine Wand, an der ich hängen geblieben bin. Das ist nicht so ein Vorteil. Und wieder jemand mit dem Duel-Platscher. Ja. Der... Wirklich... Wirklich ein guter... Es war gut gezielt, auf jeden Fall. Also... Alles, was da... ...was da von vorne hätte kommen wollen, hätte nicht viel Spaß gehabt. Ja, von vorne, von hinten. Alles, was da von vorne hätte kommen wollen, hätte nicht viel Spaß gehabt. Zum Glück... ... bin ich allerdings wirklich grad erst... ... frisch gespawnt und hatte entsprechend... ... mit der gegnerischen Superwaffe keine Probleme. Oh! 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 Oh Gott! Oh! Damit... Ich muss zugeben, das war ein bisschen fies von mir, weil ich hab gehofft, ich könnte meinen Teamkollegen noch als Schild benutzen. Das macht man eigentlich auch nicht. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass er ihn dann erledigt. Weil normalerweise, wenn jemand unter Beschuss geflogen kommt, hat er eigentlich selten die Chance, den anderen noch zu splatten. Das hat in dem Fall allerdings sehr gut funktioniert. Was mich ein bisschen freut dann. Und noch sieht's eigentlich auch ganz gut für uns aus. Das ist allerdings... ... natürlich, wissen wir alle, kann sich das auch ganz schnell ändern. Weil... ... 40 Sekunden sind lang... ... und Tinte ist schnell verteilt. Was ist das hier eigentlich? Achso, das ist ein Supersprungpunkt. Ah, jetzt verstehe ich. Ich war mir nie so ganz sicher, was das eigentlich sein soll. Ich war mir nie so ganz sicher, was das eigentlich sein soll. Ich hab zu wenig Tinte. Das ist so in den letzten... ... in den letzten Sekunden natürlich auch... ... schade! Konnte ich noch? Na, natürlich. Ich konnte keine Mine hinlegen, weil ich zu wenig Tinte hatte. Das macht aber auch nichts. Wir haben das Match auf jeden Fall glorreich und siegreich abgeschlossen. Aber weder einmal Wuff gegen Wuff... ... ist halt für die Wuff-Statistik dann... ... macht es keinen Unterschied. Ahem. 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 Ahem, ich weiß. Ahem. 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 Oh Gott, Kampf mit wenig Tinte ist natürlich nicht sehr schön. Aber ich würde aktuell doch schon mal sagen, dass es hier ganz ordentlich für uns aussieht. Ich ziehe mal nochmal eine Mine hin, damit da auch keiner die Idee kommt, durchzuwuseln. Oh Gott, ja okay, gegen sowas habe ich da natürlich keine Chance, dass man sich da auf unberührtem Boden trifft. Da ist gegen Kaligraf oder gegen Roller zum Beispiel auch einfach nicht viel, was ich machen kann. Aber was ich machen kann, ist hier hinten schon mal ein bisschen, noch ein bisschen einklecksen. Einfach in der Hoffnung, dass mein Team währenddessen vorne die Stellung nicht verliert. Deswegen nochmal ganz kurz gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Wie sieht es aus? Orangener als ich mir wünschen würde, aber... Das ist okay, so mitten im feindlichen Gebiet hier rumzubuseln. Ist eben auch nicht ungefährlich, ja? Da war, muss ich allerdings, wer auch immer den Inkstrike hier, das Inferno abgefeuert hat, dem muss ich wirklich sehr danken, weil, wow, das hat mir glaube ich das Leben gerettet. Das hat mir glaube ich richtig das Leben gerettet. Ich habe nicht lange genug überlebt, damit meine Miele losgeht. Allerdings so insgesamt, würde ich sagen, haben wir das Spiel dominiert. Ich denke, die letzten 10 Sekunden reichen hier nicht für das gegnerische Team, um nochmal zurückzukommen. Vor allem nicht, wenn ich hier eventuell noch ein bisschen nochmal zurückerobern kann, sollte das Match auf jeden Fall auf unserer Seite gewesen sein. Auch wenn man in 10 Sekunden wirklich zurückkommen kann, in dem Fall zum Glück nicht. Ich bin meine Mischung. Sonst. Ich bin mein Mischung. Ich bin mein Mischung. So, wie viel zu sehen? So... Ich bin mein Mischung. Ich bin mein Mischung. Aber er ist sehr auf jeden Fall. Entschuldigt. Entschuldigt. Ein Wuff-Versus-Wuff-Kampf. Das kann doch nicht wahr sein. Ich möchte hier was Gutes für die Hundestatistik tun. Und wir haben nur Hund gegen Hund. Was halt schon dann ein bisschen sehr unpraktisch ist. Oh Gott, überall Gegner. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ach der hat mich ja bestimmt. Irgendwann musste ich mich am Alwe erwischen. Ich bin jetzt eine Minute lang quasi im feindlichen Hauptquartier rumgewuselt, wo die ja, wo die glaube ich alle vier auch noch waren. Von daher, wie gesagt, hat mich eigentlich, nein, ich bin da genug gefallen. Ich falle zu viel. Hat mich eigentlich gewundert, dass mich nicht schon vorher jemand erwischt hat. Das ist natürlich schade, dass ich mich da nicht so hochkämpfen konnte. Aber gut, wenn da gegnerische Teammitglieder sind, funktioniert das natürlich nicht. Wir haben übrigens hinten bei uns an der Basis noch jede Menge Stoff, den man vielleicht noch hätte einfärben können sollen, wollen. Aber, äh, sorry, bin ich dir ja vor der Nase rumgetanzt, das tut mir ein bisschen leid. Wenn das jemand noch machen könnte, wäre das ziemlich cool, weil ansonsten haben wir, denke ich, hier trotzdem ordentlich dominiert. Bin mal so frei und mach ein Tintferno einfach mal hier. Ich glaube mittlerweile hat es hinten jemand bei unserem Team eingefärbt, wenn ich das richtig sehe. Hallo. Ach, bin ich frech. Alter, bin ich frech. Eine Mine einfach mitten, mitten vor die gegnerische... Oh, ist das fies. Okay, das war, das war ein richtiger, das war ein richtiger Arschloch-Move von mir. Aber, es hat funktioniert. Wie gesagt, schade, dass es Wuff vs. Wuff war, aber, ähm, mein Gott. Ein letztes Match. Und ich habe zwar nicht aufgepasst, aber ich hoffe einfach mal, es sind, äh, Katzen vs. Hunde hier auf den Moränen-Türmen und ich gebe mein Bestes und falle hier. Na, wenn das mein Bestes ist, dann gute Nacht. Ich jump mal nach vorne zu den anderen hier, weil da wollte ich eigentlich auch schon hin. Wollte ich eigentlich, eigentlich wollte ich hier schon sein. Und ich muss hier erstmal kurz abhauen. Entschuldigung, aber ich kämpfe mich, ich kämpfe mich nach oben, ich kämpfe mich nach vorne. Ich lasse euch nicht im Stich. Was hat mich denn da... Der... am Arsch die Räuber, heißt es aber auf gut Deutsch. Der war doch schon längst weg. Wie hat der mich denn... Wie will der mich denn noch erwischt haben? Und... okay, das war so gedacht. Waaah, Gott dammit. War ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das tatsächlich so gedacht war. Das Problem ist jetzt allerdings, dass die Mitte umkämpft ist. Jeder hat so seine Seite und die Mitte ist umkämpft. Das ist natürlich unschön. Ähm... Weil... Wenn wir die Mitte jetzt verlieren und die tatsächlich schaffen uns... Also tatsächlich anfangen, unser Gebiet zu erobern, leckt mich doch an. Und dann verlieren wir nämlich wieder genauso wie vorhin. Und da hab ich so als letztes Match tatsächlich nicht unbedingt Lust drauf. Deswegen... Nein, kommt da von oben, Tinte! Ich würd dir sagen, yay, wir haben einen Sniper in unserem Team. Aber es bringt halt nix. Der Roller ist hier echt die Wunderwaffe für diese Map. Das ist so unfassbar. So, und hier ist ne Verteidigungslinie mit zwei Leuten. Das ist natürlich... ...unschön. Aber wenn ich wenigstens den einen hier erwischen würde. Ich mag die Moränen-Türme als Map wirklich, aber ich find's schrecklich drauf zu kämpfen. Ich hab auf den Moränen-Türmen, glaub ich, auch noch nie gewonnen. Moränen-Türme sind einfach schrecklich zu kämpfen, find ich. Für mich zumindest. Aber gut, dann müssen wir eben noch ein Match machen. Weil, wie gesagt, ich werde hier auf jeden Fall, ich werde hier auf jeden Fall, ähm, mit einem Sieg enden, diesen Part. Und, äh, man hat übrigens auch gut gesehen, dass, äh, die Sniper-Waffe wirklich so gut wie gar keine Punkte gemacht hat. Ich glaub, viel, viel Kills hat das ja auch nicht. Wie gesagt, für die Moränen-Türme, Roller, definitiv die Go-To-Waffe. Da ist Koffer-Fisch-Lager und ein Katzen-Team, das rein stufig gesehen, glaub ich, um einiges höher war als wir. Äh. Und typische Nerv-Waffen hat, das kann ja was werden. Und was mach ich denn? Ich muss mich hier noch beeilen, um in die Mitte zu gelangen. Ich hab keine Ahnung, was ich mach. Ich hab keine Ahnung, was ich mache. Spontaner Strategie-Wechsel. Erstmal gucken, dass ich die Seite hier erobere und dann mit nem Tinferno hier eventuelle Katzen, die in der Mitte rumwuseln, erstmal verwirre. Und hier die Kiere und einen zumindest schon mal erwische, dann leg ich hier einfach mal ne Miene hin. Keine Ahnung, warum, so an die Seite. Aber ich hab das Gefühl, es ist vielleicht gar keine Rechrift. Idee. Und da kommt ein erstes Tinferno. Und ich glaub, Tinfernos werden wir hier vom gegnerischen Team jede Menge sehen. Und ich glaub, das wird auch richtig übel. Weil ich glaub, mindestens drei von den Waffen, die das gegnerische Team benutzt, sind Tinferno-Waffen. Und das ist eben echt ein bisschen ungünstig. Und ich glaube, es wird auch noch ein bisschen viel gerettetесender. Okay, das ist doch sehr gut, wenn wir das für die Seite. Und ich glaube, es wird auch noch nicht geschreven. Und ich glaube, dass wir die Seite zu der Ende des Wein nicht mehr machen. Und ich glaube, es wird auch noch nicht gehört. Ich glaube, es wird auch noch nicht mehr das Gerät. Aber ich glaube, auch mehr Leute, die Seite zu sehen. Und ich glaube, es wird für die Seite. Es ist auf jeden Fall ordentlich umkämpft hier. Oh nein, 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 nein. Ich bin weg. Tschüss. Das hier ist eine sau-dumme Idee. Oh ja, weil ich dachte mir, dass da einer ist und da konnte ich mich nicht verstecken und nicht abhauen. Ah, Mist. Das ist ja das Ding, wie gesagt, ich dachte mir, dass da einer ist, aber es sah zu verlockend aus, um es nicht zu versuchen. Dass ich damit so richtig auf die Schnauze falle, ist natürlich... Ist natürlich ein Problem. Nein, ach, der hat das Tinferno noch erwischt. Das war ein richtig geiles Match und wir haben gewonnen. Ja, damit kann man noch ein Match abschließen. Sehr schön. Team Hund all the way und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, die Hunde werden im Verlauf des Tages, beziehungsweise im Verlauf des vorherigen Sonntages, wenn ihr den Part hier seht, gewonnen haben. Mit 1400 Punkten so richtig gerockt. Das war ein richtig geiles Match. Damit schließe ich ab. Tschüss, auf Wiedersehen. Wir sehen uns bei was anderem. Wahrscheinlich Kingdom Hearts. Aktuell ist irgendwie alles Kingdom Hearts. Oder Mario. Naja.